Hallihallo und herzlich willkommen hier im Autoladen Dresden. Hinter der Kamera für euch der Tobi und ich stelle euch heute diesen Mercedes A200 Diesel vor. Das Fahrzeug macht optisch einen sehr guten Eindruck und dafür ist dieses Video auch gemacht. Es geht hier mehr um den äußeren Zustand. Ich nehme euch mit, gehe mit euch runter ums Auto. Ausstattungstechnisch werde ich euch ein bisschen was dazu erzählen, aber wie gesagt, es geht hier mehr um den Zustand des Fahrzeugs. Wir sehen auch hier gleich, das Fahrzeug kommt mit den Mercedes LED Scheinwerfern und einem Grill in Diamant Optik. Schön wie der Stern glänzt mit ACC und Parksensorik, elektrisch anklappbaren Außenspiegeln. Auch hier vom Innenleben. Das Fahrzeug kommt all black, alles schwarz, schwarzer Dachhimmel. Genauso wie das Panoramadach elektrisch lässt sich das Ganze auch öffnen. Ihr habt die wunderschönen Ledersport-Sitze kombiniert mit dem Mercedes Multifunktions-Sportlenkrad. Auch hier, wenn man anfasst, hier ist nichts abgegriffen oder irgendwie komisch. Fahrzeug riecht auch nicht komisch. Es riecht weder nach Rauch und auch nicht nach Hund oder Katze. Hier, wirklich sehr schöner Gesamteindruck. Das Fahrzeug kommt auf Sommerreifen mit einer schönen Leichtmetall-Alufelge 17 Zoll. Auch hinten wieder Parkpiepser und die schönen Auspuffblenden. Auch am Heck LED Scheinwerfer. Getönte Heckscheiben. Alle Scheiben im Fond getönt. Wir gucken gerne nochmal hinten rein. Auch hier hinten macht das Fahrzeug einen sehr guten Eindruck. Nichts abgesessen, nichts abgegriffen. Natürlich, es ist ein Gebrauchtwagen. Leichte Spuren sind immer zu sehen. Und wenn ihr mehr zu dem kleinen Kollegen wissen wollt, dann geht ihr einfach auf den Link. Da kommt ihr auf unsere Seite. Und da könnt ihr euch angucken, was der kleine Kollege alles so kann. Oder ihr kommt selber vorbei. Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr. Oder am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.